Schön, dass ihr wieder reinschaut bei dem doch leider letzten Video von der Open Beta von Battlefield Hardline. Heute ist ja der Sonntag, da werden die Server abgeschaltet. Ja, leider sehr traurig. Aber heute wieder mit dabei? Mourinho T. Hallo Leute, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Ja, wie gesagt, du sagst es gerade, es ist leider Sonntag, du sagst es leider. Ja, es ist vorbei. Einmal morgen wieder arbeiten oder Schule, wie auch immer. Und Hardline ist weg. Dann müssen wir halt warten bis zum Open Release. Und was ist so jetzt deine Meinung? Würdest du es dir jetzt holen? Ja, ja, ich sag einfach mal ja. Weil es hat was anderes so ein bisschen. Es ist nicht diese Stimme, ich jetzt gegen Russen oder ich jetzt gegen die USA. Sondern einfach mal wirklich Gangster, gegen die Polizei. So wie man es auch für Filme kennt, weißt du? Hör auf! Ein bisschen Bad Boy-Tooling. Oh, ja. Einen habe ich, der andere hat uns... Ich hatte einen Araber abgeknallt. Ja, genau, der selber hat mich auch. Der selber hat mich auch. Wundert mich, dass sie sowas zum Beispiel ins Spiel einbauen, ne? Mit den Schriften da. Ja. Eben, so gesagt. Ja, wenn man überlegt, dass sie Deadlight in Deutschland und weltweit zensiert haben, wegen was man da jetzt keine Mosleis mehr töten kann in dem Spiel. Oder muslimische Zombies, besser gesagt. Es ist doch schon merkwürdig, dass es hier drin ist, ne? Stimmt. Obwohl Zombies ja sowieso gar keine Menschen mehr sind, biologisch gesehen, weil sie eh gehirntot sind. Aber, naja. USK, muss man nicht verstehen, ist halt so, ne? So, aber jetzt erstmal wieder zurück hier bei Hardline. Genug über philosophiert über schwachsinnige Sachen. So, da kommt schon wieder der Hubschrauber. Wo bist denn du? Ah, da hinten. Bei E. Ah, ja, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, ich bin hier in der Nähe von C. Der hat sich gut verstanden. C wird nämlich gerade umkämpft. Okay, eine hatten. Ja, ich hab das. Also C ist richtig umkämpft hier gerade. Ja, dann komm ich mal zu dir, weil irgendwie... Ja, die sind hier oben auf den Dächern. Die sind auf den Dächern. Wow. Ha, geil. Mein Charakter hat gerade Son of a Bitch gesagt, weil er ihnen eine Granate entgegengeworfen hat. Wie geil war das denn? Okay, ich bin hinter dir. Okay, hier ist alles voll, ne? Pass bloß auf. Boah, das ruckelt bei mir. Die sind eine Etage unter. Okay. Oh, jetzt blendet mich die Sonne hier in meinem eigenen Zimmer, da ich bin. Können wir ja katzen. Gegenseitig. Schon wieder. Ich hasse das. Dieses gegenseitige Abballern. Aber ist kein Ding. Ist kein Ding, man da schaffen, wa? C ist noch umstritten, aber... Ach, ey, der eine ist ja richtig schlau. Wieso, was hat er gemacht? Der eine geht irgendwie... Hä, der geht irgendwie ums Haus. Ey, wie machen wir das, ey? Wo ist der denn? Auf so einem Geländer ist der. Aha. Ganz schmalen Geländer. Wusste ich noch gar nicht. So hoffe ich, wenn ich jetzt die Map hier schon gespielt habe, wusste ich gar nicht, dass so ein Geländer ist. Ja, da geht irgendwie... Ja, wusstest du eigentlich hier, dass man hier... Wo ist er denn? Pass auf. Pass auf, da kommt ein Fahrzeug. Ja, ich komme. Okay, Fahrzeug ist weg. Oh! Hat er sich angeschlichen. Hinter dir, weg. Ja, der hat sich angeschlossen. Das war der Araber schon wieder. Der alte Camper. Hier, hier ist ja so eine Wand, ne? Siehst du die? Das geil ist. Ja. Ich schmeiß mal eine Granate gegen. Ich glaube, die geht auf. Hier kommt ein Granat! Okay. Da oben. Ah, oben. Ja. Da oben. Ich habe ihn, ich habe ihn da oben. Oh, Sniper beballt uns. Wir müssen rein. Die ballern auf uns hier mit Sniper. Nein! Hat nicht. Sokum, Sokum 16 hat mich erwischt. Wusstest du gar nicht, dass es die Knarre gibt? Ach, pass auf, der ist da oben auf dem Dach bei dir. Bleib los im Haus. Ich bin gleich da. Zwei Sekunden. Ja, ich bin... Ich bin... Ich warte. Ich komme. So, hier. Da kannst du kaputt schießen. So, jetzt gehen wir durch den Keller. Komm mit. Schon wieder der Araber. Was ist denn mit dem, Jünger? Der mag... Der mag uns. Geh du mal hoch. Ich bleib hier liegen. Ich gebe dir Deckung. Achso, mach mal deinen Laserpointer aus. Drück mal auf den Deepad nach oben. Oh, da oben sitzt einer und wartet die ganze Zeit. Genau an der Treppe. Ja. Ja, komm runter. Hab ihn. Wie gesagt, wenn du... Du hast einen Laserpointer in deiner Knarre. Die sehen dich mit dem Laserpointer, ne? Ja. Ich hab... Wo war er denn? Wo war er denn? Genau hier an der Treppe. Ja, wo? Also, wenn du hochkommst. Das ist halt genau hier. Ja, du musst mal sagen, nicht oben an der Treppe, sondern links, rechts oder so. Dann hab ich eine kleine Richtungsangabe. Aber ist nicht weiter schlimm. Ah, okay. Ich kann mich auch selber ein bisschen anstrengen. Eben. Muss man sagen, soll ich dich auch noch in die Hand nehmen oder was willst du noch hier, Alter? Ehrlich? Ne, weil ich wollte hier nämlich dir mal was zeigen. Hier kannst du nämlich das kaputt machen. Hier. Hier ist nämlich so eine Munitionskisten. Fabrik. Nicht zerschießen, wenn wir deiner Nähe sind. So, stell ich mal hier hin und dann zerschieß sie mal. Ne, zerschieß sie mal. Zerschieß sie mal. Jetzt kann man hier nämlich raus. Dann kann man nämlich hier von unten immer rein in das Gebäude. Aha. Okay. C sieht noch gut aus, keiner kommt. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach D. Ja. Da ist ein Hubschrauber in der Nähe. Pass auf. Delta. Hey, er nutzt es gerade im Polizierdruck. Da. Die wollen nach C. Ja. Da, vorn. Abi. Oh, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Komm, in Deckung. Er tut. Oh, genau an der Tür hat er mich. Ich sehe ihn, ich sehe ihn nicht. Warte, wie kommt er? Äh. Er ist draußen am Haus. Ah, nein. Den anderen habe ich, da waren zwei. Verdammt. Einer ist durchs Haus gekommen. Two for one. Ist der eine im Clan. Okay, C wird angegriffen. Ist vorne bei C. Ja, ich komme. Wo ist denn hier C? Da ist C. So, jetzt gucke ich hier gerade mal von außen. Ist er noch drin? Ja, yes. Ja, ich glaube, den hast du. Slutko. Slutko heißt der Typ, ist ja geil. Slutko, Slutko, irgendwie so. Ah, verdammt. Ich muss mal bei mir hier kurzes Rollo zumachen. Ich sehe schon wieder nichts. So, verzeiht bitte. So, jetzt sehe ich wieder irgendwas etwas. Weil ich habe gerade ein richtiger Blindflug auf dem Fernseher. Ich bin auf jeden Fall weg. Lass mal nach oben gehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ist da wer? Alter, von irgendwo. Hände, schieß da. Alter. Ist da oben oder was? Ja, ja, er ist genau jetzt, wenn du die Treppe hochgehst. Vom Fenster links. Die links sind Fenster, das schießt da raus. Genau da. Alter, was ist denn mit dem? Der hatte da elf Prozent, Alter. Elf Prozent. Ja, äh. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach E. Genau, da bist du auch gerade auf dem Weg gehen. Bin bei E. Da kommt noch einer, Tümer. Pass auf. Hier, rechts, kommt leider. Okay, haben wir. Alter, links. Wieder der Araber. Ey, wo kam der denn? Wo bist du denn? Ja, genau da. Okay, wir gehen nach A. Lass uns nach A gehen. Wir gehen ganz außenrum nach A. Aber hoffentlich sieht uns da keiner. Zwischen A und E, da gibt es einen Diner. Und der ist ziemlich genial, weil da kannst du drei bis vier Objekte beobachten. So eine kleine Camperhöhle. Okay. Muss man drauf achten. Das ist relativ stark zu verteidigen. Es gibt nur zwei Eingänge, aber man kann ziemlich leicht Granaten reinschmeißen. Da ist schon der erste Sniper. Ich habe ihn markiert. Okay. Gerne. Oh, 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 rechts, rechts, rechts. Ich habe ihn. Da kommt ein Gatlinger, ein Typ. Ah, schade. Kein Ding, kein Ding. War gut. Dann lass bei B spawnen. Das Auto kommt wieder zurück. Ja. Ich spawn bei B. B ist... Nee, ich kann bei B nicht spawnen. Doch, jetzt. Kommen wir zu dir. Links kommt einer. Rechts ist das. Rechts, Mann. Ich gucke erst mal von nach links und sehe mir so, okay, da ist keiner. Ah, die schießen oben vom Berg. Ah, schon wieder der Araber. Okay, ich bleibe in Deckung erst mal so ein bisschen. Okay, ich versuche... Ah, verdammt, einen habe ich nur, ey. Das ist kein Ding. Da kam nämlich so. Erlass bei C spawnen. Da kommt nämlich gerade ein Kampfgipschrauber. Die droppen da nämlich alle. Okay. Hahaha, ist er mit seinem Fallschirm genau in meine Granate rein. Hahaha, sehr schön. Ah, fieser Wichser bin ich doch, Alter. Haha, ich bin richtig mieser. Ja. Oh, aber er ruckelt ganz schön bei mir. Irgendwie ruckelt das Spiel bei mir. So, wir sind umstritten. Da, da kommt wer. Okay, den haben wir. Ist immer noch umstritten. Hinter, hinter, hinter uns. Ja, oben, oben, auf dem Dach wahrscheinlich. Und Sniper, alles voll. Als ich runtergejumpen bin. Ist alles voll, Alter. Ich gehe unten durch den Keller. Da. Schluss, siehst du. So, der ist da oben auf jeden Fall. Da muss er auch passen. Wo ist er? Gib uns mal von hinten Deckung. So nicht, dass uns einer in den Rücken läuft. Ja, ich... Ich achte. Oh, da ist noch einer. Genau, rechts. Wenn du rauskommst, rechts ist er. Pass bloß auf. Genau, rechts. Nee, warte, er ist am Fenster. Warte, warte. Stopp. Wollte ich gerade noch sagen. Nicht hochgehen. Nicht hochgehen, wollte ich gerade noch sagen. Wir haben uns gegenseitig gedreht. Ach, der ist oben auf dem Dach, die Sau, Alter. Das gibt's doch nicht. Der läuft genau oben auf den, ähm... Wie kann man sagen? Auf diesem, ähm... Dach. Auf der Dachschräge läuft er rum. Rechts von dir. Rechts, guck rechts. Rechts oben, am Fenster. Ja. Uh, alles voll hinter dir. Ja, ist gerade Polizeiwagen langgefahren. Sorry, mein Fehler. So, warte, wir müssen... Das ist gerade hier zu im Camp. Wir müssen uns mal ein bisschen woanders... Ja. Ein bisschen... Alter, ich spawn mal mit dem Fahrzeug. Dann fahren wir da mal hin. Wir müssen da mal irgendwie gezielt da rein. Dann bleib mal im Auto, es ist sicherer für mich, dass du weggeballert wirst. Ja. Vielleicht, dass ich keine Musik nimm im Auto, was? Was denn? Also, bei mir läuft Musik. Und so ein... Ja, bei mir. ...Hip-Hop-Scheiß. Ja, bei mir. Ja, deine... Deine Konsole ist schlau, die macht schon gleich aus, die hat keinen Bock auf den Scheiß. Haha, ja. Da oben kommt ein Kampfhubschrauber. Sieht mal ja auch so teuer. Hier, er hat eine Stinger, Alter. Schnapp dir den Kampfhubschrauber. Oh, zu kurz. Oh, klar. Oh. So, wenn wir jetzt da reingehen. Der ist außen, ne? Also, der kann überall sein, weil der läuft da auf diesen... Ach, der ist auch noch bei uns, oder? Ja. Ich gucke gerade von außen irgendwie, aber... Ja, das war, glaube ich, gegenüber. In dem anderen Haus. Alter, der ist unten. Oh, er kommt hoch. Ja, ich bin hier außen drin. Okay, bei A ist alles voll, Alter. Wo ist er denn? Also, ich bin fast tot gewesen. Deswegen. Wird hier rumgeballert, ganz gut. Oh, da ist er. Alter, das ist gut. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Ich bin runtergefallen. Ey, er kommt hoch, er kommt hoch. Der witzig. Da war... Ach, ach. Irgendwo ist einer abgesprungen oder so. Der war immer auch mitten oben bei mir. Weißt du? Das ist der Latino an Italien. Was, was ist denn? Na, dann lass nach A fahren. Wenn die unbedingt C haben wollen, dann checken wir ihnen erstmal kurz C. Wieso tun wir, ey? Hier, schießen, in Falle wäre besser die Kreppe runter. Ja, das ist halt so mit dem Spiel. Das ist halt so. Das sind diese kleinen Macken, die Battlefield halt hatten. Da kannst du nichts gegen machen. So, wie schaut's denn aus? A ist eingenommen von uns. Dann fahren wir mal nach D durch. Dieses langsame Moped, das ist das langsamste Motorrad, was ich hier gesehen habe. Hellfall normal. Ja, genau. So, einmal weiterfahren. Aber warte, wir steigen aus. Wir steigen aus. Da sind welche, die flankieren uns von rechts. Wo ist er? Ist er das hier? Ah, sie haben ihn schon abgeknallt. Okay. Gut. Hier, das liebe ich so. Guck mal. Er steht hier rum und macht nichts, Alter. Wir gehen mal nach D. Wir gehen außen nach D. Ja. Da kommt ein Kampfhubschrohr. Markier ihn. Oh, Einsatzwagen rechts. Pass auf. Ja, Polizeiwagen. Oh, noch ein Bulle. Ey. Wo ist er? Er ist im Gewicht. Im Gewicht irgendwo. Hinter uns. Okay, das war uns vorbei. Er hintert ihr irgendwie durch. Oh, der Kampfhubschrauber jagt mich. Alter, wieder hat er erst. Der hat mich auch. Hedgehog mit dem Hebel. Okay, du hast einen Glückstreffer. Musst du mit ihm lassen. Den Punkt musst du ihm angestehen. Das ist schwer, ein Hedgehog mit mir herinnen. Nochmal schnell bei A. Bei A geht es irgendwie richtig ab. Ach, deswegen schieße ich nicht. Ich habe aus Versehen auf... Warte mal. Der zusätzliche Magazin ist immer für uns freigeschaltet. Ich habe aus Versehen auf Einzelschuss gestellt in der Panik. Ach, pass auf. Die spawnen in den Polizeiwagen. Ich vergesse das immer, dass die Leute in den Polizeiwagen spawnen können. Ja, ich sehe es gerade. Einen habe ich. Ja. So, irgendwo ist hier noch einer. Das ist auch voll mies eigentlich. Wenn ihr dich hier so hinstellt und wartest darauf, dass die anderen Leute spawnen, kannst du auch richtig viele Punkte machen. Ja. Aber der scheint kaputt zu sein. Okay. Ah, ist er. So, ich schnapp mir jetzt hier mal die Armbrust. Wir laufen zu dir, du warst. B? Okay. B? Ich meine du, B, D. Okay. Da ist wer. Pass auf, hier ist wer. Da ist ein Sniper-Fach. Hä? Ne. S, G, 5, 5, 5, 5, 5. Ich hab ihn. Sehr gut, dass du ihn hast. Ich wusste gar nicht, dass es das Gewehr auch gibt. Hm. So, wo bist du denn? Ich komm mal zu dir. Ich bin, äh... Ich bin bei dir. Warte, das... Irgendwo wird da... Keine Ahnung. Irgendwo ist da einer. Bei uns in der Nähe. Der knallt mich weg. Was ist denn da? Hä? Der steht da. Ich war wo ganz anders. Ich war auf der anderen Seite. Bleib bloß liegen. Da sind richtig viele bei dir. Komm mal hinten. So, lass die links flankieren. Die warten schon auf uns. Die warten da richtig auf uns. Ja, ich hab nur einen. Einen hab ich aber. Das Problem ist, ich hör jetzt schon wieder nichts, weil der Sturm wieder bei mir alles über den Kopfhörer lahmlegt. Ich hör nur die ganze Zeit rauschen. Ich hör nur rauschen, Alter. Okay, A haben wir exzellent verloren. Lass mal bei B spawnen. Hinter dir. Alter. Ja, ja. Okay. Die kommen von allen Seiten. Die sind gut eingespielt, die Jungs. Muss man lassen. Ja, ja. Die haben es echt. Na gut, die spielen wahrscheinlich auch wieder hier zwölf Stunden länger als wir. Ah, logisch. So. Ich hab gerade ein ganzes Magazin auf den Johnny geschossen, Alter. und der stirbt nicht. Jetzt werde ich eh sterben. So, den hab ich. Ah. Hier ist Snipern richtig welche bei eh. Musst du aufpassen. Ja. Hier, das ist der Diner, wovon ich dir erzählt habe. Ah, hier der weg, ne? Da liegt man nicht. Ja, der ist sehr gut zum verteidigen. Also hier kannst du dich richtig gut positionieren und erstmal neue Kräfte sammeln. Oh! Ein Sniper hat mich erwischt. Von wo? Irgendwo im Haus. Okay, B ist komplett voll mit Gegnern. Ey. Äh. Ja, das ist... Nicht aufregen, das ist so. Manchmal ist einfach der Wurm drin. Aber du siehst ja, dass unsere Gruppe stark verteilt ist. Allem... Denn die wollen lieber Kills machen, als statt die Gebiete einzunehmen. Und das ist einfach das Problem. Ja, das ist es. Jetzt können wir das auch machen. Ja, die raffen den Modus nicht, weißt du? Die denken, das ist hier ein riesen Team Deathmatch. Ja, das hat mich schon bei Battlefield 4 irgendwie richtig genervt, ne? Ist halt so, was willst du machen? Ich renne euch, ich bin hier auch gerade nur Kanonenfutter. So, dann würde ich mal sagen, ich spawne mal im Hubschrauber. Oh, er hinfliegt. Fuckin' Erdheimnis. Scheiße. Ich bin aber nicht versteckt. Ich habe manchmal das Gefühl, akzeptiert ist besser als versteht. Ja, ich glaube auch. Oh, hier ist alles voll und ich springe auch damit mit dem Fallschirm ab, Mann. Das gibt's doch nicht. Na, verloren. 21, 2... 21, 21! Das gibt's doch nicht. Uh! Katastrophal! Na gut, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Jetzt werden die Teams ja zum Glück neu gemischt. Level 32. Ja, die werden immer gemischt. Muss man drauf achten. Zum Beispiel... Ähm... Der bei uns der Erste ist. Yavi Montreiro 99. Der ist jetzt in unserem Team. Ja. Der ist bestimmt gleich im Gegnerischen. Das ist so. Okay. Das ist ja das Schöne dabei, dass solange das keine festgelegten Teams sind, werden die immer durchgemischt. Unter dem blisternden Sonn des Kalifornien-Delsens. Alles gut. So ist es nicht nur zu einseitig. Aha, jetzt sind wir... die Cops, ne? Sehr schön! Dann kann ich jetzt endlich mal meine neue SG-553 ausprobieren. Ich bin gespannt. Klingt gut. Ja, werde ich mir neu zugelegt. Ich hab eisern gespart, ja. Ich find das geil, wie du da hinten drin sitzt, Alter, mit deinem Gewehr, Alter. Kannst das hinten erstmal alles klären, Alter. Dieser Einsatz-SUV ist schon ne geile Karre. Das ist nicht schlecht, ne? So, ich fahr gleich mal nach C durch. Hm. Okay, jetzt hab ich wieder Musik. Ja, ich hab auch Musik drauf, ne? So, und raus. Achso, hier, guck mal. Meine Knarre. Siehst du sie? Oh, 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 oh. Hey! Schön rot, ne? Okay, los geht's. Genug hier. Die Fenster aufmachen, dass man sieht, wo man ist. Ja, oh, hinter uns. Die sind hier gekommen. Abin. Unter drin. Der bin ich, hab ich, genau der. Sie sind hier auch mal gleich hin, die Leute. So ist das Schöne. So, die oben lassen wir nochmal heile. Bist du wieder tot, oder was? Ja, ja, unten sind ganz, sind drei Stück, glaub ich. Ein Dark Legends, oder so. Die sind unten im Fenster durchgekommen. Wie, sie? Hm. Das Gute ist ja, wir machen hier ja kein Campen. Weil wir ja aktiv gerade einnehmen. Ja, wir schützen. Ja. Campen wär's erst, wenn wir hierbleiben. Ah, oben! Ey, der ist irgendwie von oben runtergekommen. Keine Ahnung wie. Ach! Weißt du, wo der ist? Der ist ganz unten in so einer Pflanze hängt. Der hat gerade genau durch die Treppe geschossen. Bleib los am Leben. Der ist hier. Warte, da ist er. Warte, ich sehe ihn. Warte, da ist er. Zeig mal dein Gesicht, mein Kleiner. Ja. Alle von oben. Und, 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 und. Und, und, und. Ich komm von allen Seiten. Hier ist ein Suspense. Hammer, Hammer, Hammer. Ist kein Ding. Fuck. Hammer, Hammer. Das ist noch mehr. Oh. Jetzt kommen sie wieder von unten und oben. Ach, dann war das ein gegnerischer Hubschrauber, der gerade über uns rüber geflogen ist. Dann sind die alle gerade abgesprungen. Ey, der sitzt da. Das ist, das ist, nee. Das ist Campen. Ja. Das ist nichts, das hat nichts mit dir erobert zu tun. Das ist Campen, was der gerade gemacht hat. Ey, ey, Elina wichser, ey. Wo ist er denn da? Der ist jetzt oben auf dem Dach. Ich, ich bin hinter, ich decke dich. Hm, wollen wir nicht erstmal ein Date haben, bevor du mich deckst, Alter? Hier ist ein Gegner. Ja, ja, was soll ich das meinen? Das ist genau hinter der Tür ist ein Gegner. Haha, nicht mit mir, Junge. Ich bin schneller. Alter, was hier alles draußen steht, Alter. Ich glaub, die gesamte gegnerische Team will hier irgendwie nach C oder so. Okay. Dann lass mal weiterziehen. Ja. Da hinten kommt schon wieder ein Hubschrauber. Sogar ein Angriffsstopper. Irgendwer schießt auf uns. Ja, ich seh's. Da hinten. Ja. Zwei Stück. Äh, auf der, auf der Straße und linken, linke Seite. Also die Straße links. Versuch schon irgendwie zu markieren. Ja, da. Hab ihn. Zählt als Kill. Hey, wir haben ihn zusammen. Wow. Das ist mal ganz selten, dass diese Nachricht kommt. Wir haben beide genau gleich viel Schaden gemacht, denn kriegen wir beide den Kill angerechnet. Oh, das ist gut. Das hab ich auch schon mal ein paar Mal bei Battlefield 4 erlebt. War aber nur ganz selten. Das ist mal ein Hubschrauber. Suspekt in der Chopp. Wie es dann bekommen wir heute aber selten bisschen, ne? Ja. Und wo hat mich schon wieder ein Sniper im Visier. Hier zischt es. Hier zischt es, wenn sie auf die... Hier zischt es. Schwieriges Wort. Zischen, zischen. Ja. Oh, weil... Da rechts kommen... Da rechts kommen ganz viele. Alter. Er war, äh... Und hat einer unverfolgt, glaub ich, einer. Ja, dann spawnen schnell bei mir. Ja, zwei Stück verfolgen uns. Zwei Sekunden. Komm gleich mit, hier sind nämlich welche. Weiß nicht, wo sie sind, ob sie in der Hütte sind oder nicht. Irgendwo waren sie nämlich gerade. Da, da rechts ist er. Was war denn? Der wird mir doch hier auf der Minimap andauern angezeigt, dass er hier irgendwo ist. Ja, war es einer mit dem Zeichel? Ja, Fallschirm, genau. Da ist nämlich gerade einer niedergegangen. Wo ist er? Irgendwo hier, wo unser Kumpel ja gerade lang läuft. Okay, C wird wieder eingenommen. Wir gehen nach C. Okay. Ja, gleich kommt... Oh, von hinten. Da ist alles voll. Einen hab ich, verdammt. Den anderen aber nicht. Boah. Hier ist Krieg, Alter. Er fliegt gerade alles in die Luft. Äh, ich war mein Fehler. Ich hab mich ablenken lassen von so einem Typen, der da, ähm, über die Deckung gejumpt ist. Ich würde sagen, wir gehen außen durch den Keller. Oder? Ne, lass gleich rein. Hier vorne sind die nämlich schon. Wo seid ihr? Oder einfach unten im Keller, den ich gerade auf dem Minimap gesehen habe. Ich gucke. Jetzt. Jetzt haben wir. Ja. Wo ist jetzt hier echt? Die Leute fangen an, auf diesen überall unmöglichen Sachen hier lang zu laufen. Oh, wow, wow. Draußen ist ein Fahrzeug. Die kommen gleich rein. So, ich den habe ich von außen. Da so mehr. Schieß. Oh, dieses blöde Maschinengewehr, Alter. Ich würde einfach nicht schießen. Nein. Er hat mich mit dem Baseball... Ich habe auf ihn geschossen. Er hat mir einmal einen mit dem Baseballschläger gegeben. Ich bin tot, Alter. Wie macht er das? Ich muss drei, viermal zuschlagen, um jemanden mit dem Baseballschläger zu töten. Da kommen welche von außen. So. Die kommen jetzt gleich rein. Die sind unten durch den Keller, glaube ich. Da sind sie. Wie gesagt, wenn du jemanden siehst, ne? Bevor du auf ihn schießt, oder du die Zeit hast, auf ihn zu schießen, markieren einmal kurz mit R1. Denn keine weiße wurde... Dann habe ich den auch auf dem Minimap, weißt du? Okay, ich weiß nicht, was lange zu sehen. Aber weißt du, man schießt ja eher, als zu markieren. Ja, darum meine ich ja, wenn du die Zeit hast... Sagen wir mal einer, du guckst ihm gerade den Rücken an oder so, weißt du? Das meine ich. Einfach nur mal ganz kurz. Weil, wenn du nämlich die Leute... Wenn du die... Ach, tot. Wenn du die nämlich markierst, dann haben die anderen nämlich die Chance noch, das zu sehen. Dass einer in der Nähe ist. Gerade wenn ihr nämlich einen Schalldämpfer hat, wird der ja nicht auf der Minimap angezeigt, weißt du? Ja. In allem Keller gewesen gerade. Ein paar sind auch nach oben gegangen. Die mich zum Beispiel gerade weggeknallt haben. Da oben ist er. Ja, da oben auch. Er hat mich schon wieder. Ey, wie... Der hat auch eine AKSU, aber der ist... Und vor allen Dingen, er hat einen schweren Lauf. Er müsste eigentlich viel mehr verziehen als ich. Ach, guck mal an, er hat ein Mikro T1. RPV-Visier. Der hat Infrarot-Visier. Der guckt die ganze Zeit mit grüner Kamera. Der sieht uns. Der hat unsere Hitzesignaturen. Deswegen weiß der auch andauernd, wo wir sind. So, wir gehen durch den Keller. Ich sehe dich, Alter. Den kann ich nicht heilen. Ey, ey, ich mache gerade keinen Schein. Äh, keinen Schaden. Keine Ahnung, was da los ist. Ob wir einen Serverleck haben? Oben sind zwei Stück noch, ne? Da ist noch einer rechts, ne? Hinter uns? Hinter uns. Ich bin auf jeden Fall hinter uns, Kurt. Das ist ein Sensor. Ja, ja, ich habe ihn. Da habe ich schon gedacht, dass die beiden... Da ist noch mehr... Ah, fuck. Da sind einfach zu viele hier gerade. Die spawnen alle bei C. Aber wir kontrollieren sie gut. Guck mal auf die Ticketanzahl. Wir haben noch über 600 Tickets und die sind schon bei 300. Kommst du mit dem Hubschrauber an? Ja, und schon habe ich einen. Ja, super. Genau so muss es sein. Alter, aber... Ey, das sind hier so viele... Was los? Wie viele Araber sind hier oder was? Keine Ahnung. Vielleicht sind wir auf einem arabischen Server oder so. Der ist ja auch nur... Das ist doch... Arabanisch. Jetzt hat mich gerade ein Tuneser weggeballert, Alter. Wer weiß, wo wir auf welchem Server hier gerade sind, Alter. Kennst du dieses Scherzbilder, die man sich dann bei WhatsApp zuschickt? Kennst du dieses eine Ding hier? Egal wie albern du bist, er ist Albaner. Total bescheuertes Ding, Alter. Okay, da ist alles voll mit Gegnern. Oh, und da hat mich auch schon der erste Franzose weggesniped. Schön mit dem Headshot. Und den habe ich sogar angeguckt, den Typen. Den habe ich sogar angeguckt, der mich weggesniped hat. Scheiße. Achso, guck mal, weißt du, warum die auch alle bei C sind? Weil C die einzige Hochbrug ist, die sie noch nicht einge... Die haben alle eingenommen, außer C. Deswegen, warum sind die alle da gewesen? Ja, wohl, dass sie uns alle zu Hause besuchen wollen. Ich meine Ruhe, Fuß geht mir nicht mehr. Schwierig, er ist neid da irgendwo. Ja, der C ist gerade echt, äh... Oh, wieso war ich da auf einmal auf Pistole? Verdammt. Aber läuft gut. Läuft sehr gut, würde ich sagen. Seht ihr, Leute? Wir sind doch nicht die letzten Spinner. Wir schaffen das auch ganz gut hier. Okay, lass noch D. Da nehmt gerade D ein. Lass noch D. Da ist weitaus weniger Action. Oben im Fenster ist einer, ne? Links. Links. Kärbel. Im Fenster. Haben wir. Ja. Hey, das ist der Araber schon wieder. Werdet du sein, der Langlaufen? Ja, äh, der kommt mitten durch einer durch diesen Porn. Ja, die haben uns flankiert. Ja, die haben uns flankiert. Ah, nein. Nee. Dima, sein Geist, hat mich gerade weggeknallt. Okay, C nehmen wir ein. C ist überrannt, dann würde ich mal sagen... Hä, guck mal, die sind da alle? Wenn du mal links guckst. Ach, nee, ist ja den hier spawnen. Alles klar. Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, die sind alle links außerhalb der Map. Ja, das sieht so aus, ne? Ich hab gerade die Seite verwechselt. Aber doch, schön dominiert die Leute. Und wir waren nicht mal ganz un... Also, gar nicht mal so... Unbeteiligt daran. Das war eine schöne Idee. Ey. 18 Energie hat er noch gehabt. Das gibt's ja nicht. Oh, Mann. Wo sind die denn bei E? Die greifen E an. Lass nach E. Bei E geht's jetzt gleich rund. Nur mal aufpassen. Hier, warte mal. Hier, hier siehst du auch diesen großen Berg hier, ne? Wo ich gerade hinziele. Da... Ja. Da sind auch ganz oft immer Sniper drauf. Siehst du, und da landen auch schon welche, nämlich. Mit dem Hubschrauber. Da, rechts kommen sie. Rechts, rechts an der Straße. Und hier da oben. Oh, hier ist der Trailerpark. Sehr schön. Die flankieren wir gerade richtig gut. Ne, sieht gut aus. Haben wir alle. Oh, hier ist ein Fahrzeug. Hier ist ein Spawnfahrzeug. Pass auf, das kann schießen. Oh, ein Sniper hat mich auch gerade im Visier. Da ist irgendwo ein Sniper. Pass auf, ne? Oh, hat er geschrott. Haha! Ja, ja. Da oben. Oh, da sind zwei Sniper. Wir müssen hier weg. Die gucken uns genau an. Oh, ganz viel, ja. Komm mit. Komm mal. Anschnitte in den Kopf. Ich springe schon. Ja, das haben sie ein bisschen alles gemacht bei Battlefield. Bei dem hier. Das ist nicht mehr so, wenn du hüpfst, kannst du, dann wirst du richtig langsam. Ja, ist mir... Alles voll hier. Das haben wir gewonnen, Junge. Komm, lass uns mal einen Kill machen. So, ich nehme nochmal eh einen. Das ging gut. Wow. Das ging gut. Oh, 22, 12. Lief doch gut. So, darauf gönne ich mir erstmal einen Tee. So, wir sind gar nicht mal so schlecht. 22, was hat denn der Beste bei uns? 28 hat der Beste im Team. Da waren wir gar nicht mal so schlecht. Guck mal, du war auch mit 8 Kills, Mann. Das war super. Allein die letzte Aktion war doch da, wie wir die alle flankiert haben. Die wussten gar nicht, was mit dem Beste... Ja, das hat Spaß gemacht, das stimmt. Die waren leicht schockiert. Leicht schockiert. So, dann sind wir jetzt mal die Bösen. Ja, was dumme ist, ich brauche dann noch... Er sagt, ich habe jetzt 21 Kills von 70 und dann kriege ich den jetzt freigeschaltet. Ach, schade. Also, wie gesagt, wenn das... Kannst du denn vielleicht schon einen Griff ranbauen? Kannst du das schon machen? Griff, Griff. Nee, auch nicht. Der ist total dumme. Den kann ich gar nicht. 90 Kills brauche ich dafür. Oha. Ich habe zu viel mit der anderen Waffe gespielt, glaube ich. Ja, ist ja nicht so wild. Ich habe gerade erst mal meine Knarre mit einer Bronze-Tarnung gemacht. Jetzt habe ich eine komplett bronzende Knarre. Hier, zieh mal rein. Komplett bronzen. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine lila und eine schockgrüne Zebra-Tarnung für 500.000. Für 500.000 Dollar? Ja. Dann schreibt man sich, wenn man alle Waffen freischaltet, alle Add-ons und so. Und so, nö, wir nehmen so ein hässliches Tarnmuster und dann fertig. Ja. Okay, sieht ganz gut aus. Das haben wir erobert. Gleich weiter. Gar nicht lange hier bleiben. Gleich, dieses. Ja. Ich würde mal sagen, wir boxen uns mal zu D durch, oder? Oh, rechts, rechts, rechts. Ja, ist auch schon. Ja. Da ist noch einer hinten. Ja, ich sehe ihn. Ich kriege ihn nicht. Ist er tot? Ist er tot? Okay. Ja, er ist tot. Da ist wer im Haus drin. Pass auf. Da ist alles voll. Weißt du? Okay. Hier. Schmeiß auf dann mal ein Pflaster auf den Boden. Hausseister. So, aufgeräumt hier. Oh, oh, oh. Oh, kommt. Genau. Ich glaube noch rein. Hat er uns beide erwischt, Alter. Da waren wir zu euphorisch. Ja. Aber es ging so leicht gerade. Oder so gut. Ja, weil die überrascht waren einfach. So, wir kämpfen. Wir haben zwar schon ein paar Punkte verloren, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter nach D. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, irgendwo ein Sniper hier auf uns. Leon, vergiss nicht. Du kannst auch eine Menge Extra-Dollars machen. Wenn du Munition, Energie und hier Reanimationssachen machst, da kannst du echt viele Punkte mitmachen. Okay. Okay. Das mache ich ja die ganze Zeit. Dadurch kriege ich auch hier Unmengen Granaten in die Fresse. Unmengen Geld kriege ich dafür. Ich muss... Ich weiß gar nicht, wie viel Geld habe ich denn jetzt? 37.000 habe ich schon wieder. Ich hatte eben gerade 40. Und dann hat er das komplett ausgegeben. So. Ich könnte mir eigentlich mal eine andere Sekundärwaffe leisten. Hier, der Elektroschocker ist zum Beispiel. Richtig geil. Der T-62 Crew. Wenn du den benutzt... Ah, so einen weißen Taser, ne? Ja, genau. Und das Geile ist, wenn du das machst, kannst du die Leute verhören. Dann werden in einem gewissen Umkreis alle Gegner auf der Minimap markiert. Wenn du das machst. Okay. Perkos, Alter. Ich wollte nicht, was hat er denn da für ein Visier? Ein RSR-02-Visier. Ach, Infrarot-Visier. Alles klar. Ist voll da drin. Ja, das ist dieses... Ich weiß nicht, was für ein Dement sagen wird, weißt du? Dann beißt er einfach 10 C-Hoppen macht und... Einfach reinschreien ins Mikro. Und dann behauptest du einfach, du hast Tourette. Dann darf niemand was sagen. Ja, du nix hat dich, habe ich jetzt. Genau dasselbe. M-M-000-0-0-14, Alter. Also, bei manchen überleg ich mir so, weißt du, die Kaufen über die Playstation und dann haben sie so am Anmelden der ID und Co. Ja, wie heiße ich den jetzt, weißt du? Dann heißen die mir am Ende so Sneakers oder so, weißt du? Ich hatte schon mal so viel Sneakers. Ja, wahrscheinlich. Jetzt kann er in dem Moment irgendwo noch in der Hand fahren oder so. So, wo willst du hin? Welche Richtung willst du? Oder willst du hier bleiben? Ist alles so blau hier. Also, wir können auf den Berg hoch. Das ist auch gerade viel Action. Der ganze Sniper, ne? Dann markieren wir mal ein bisschen, dass unsere Verbündeten ein bisschen was sehen. Oh, toll. Ich wollte markieren, ich lasse mir Granate. Okay. Von rechts snappert mich mehr. Ah. Ja. Ich glaube, ich nehme auch mal einen Sniper. Oh, da hat mich wer reanimiert. Erstmal kurz Munition. Bleib mir, dann kannst du beim Spawn. Ja, vorne sind ganz viele. Vier, fünf Stück. Ich seh's. Richtig gerade hier hängen im Schacht. Ja, nenne ich sogar mehr. Ich kann's move. Hey, wir sind richtig versetzt. Ich schieße ganz lange und dann kommt erst der Schuss an bei dem Fadenkreuz. Vorsicht, da kommen jede Menge jetzt. Ja, ich weiß nicht, warum. Irgendwie sehen wir das ziemlich... Ja, klar. Werden gemacht, ey. Nehme ich jetzt mal einen Sniper. Schön bei B-Spawn. Voll peinlich, der hat mich im Blutzeitschnippel getötet. Ich hab's gesehen. Dann war ich auch so, okay. Ich komm, wenn ich mich mal bewegen. Ey, die alle stehen wieder oben, ey. Ich treff nicht, Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, einen, da hat ich. Nicht komplett. Ich treff den nicht, das gibt's nicht. Da kommt kein Schuss an. Ich bin hier schon wieder der Vogel der Nation, ehrlich. Da schießen sie schon auf mich. Da wissen auf jeden Fall welche, dass ich komme. Genau, von rechts ballern sie die Ballern von überall jetzt. Hier ist echt voll, Mann. Oh, und da haben sie mich. Haben wir schon wieder D verloren? Ich dachte, D besitzen wir. Aber das ist halt so. Ich kann nicht Snipern. Ich kann überhaupt nicht Snipern. Das ist so. Oh, A ist auch komplett voll, Alter. Bei B kommen sie jetzt in großen Mengen. Von der D-Seite. Ich muss auch immer erst mal gucken. Ja, wo ist denn jetzt das, was er meint? We have a big dog running here. Was immer das auch heißt. Mensch, die ballern hier wie bescheuert. Markiert doch mal ein paar Leute, dann können wir euch helfen. Hinter dir. Nachladen, ne? Das dauert mir nicht so lange. Oh. Oh, hier, da ist er. Da hätte ich mich beinahe erwischt. Ich hab keine Munition mehr. Fuck. Ich hab leider auch nichts. Keine Waffe fallen lassen? Ja, ja, heb einfach ne neue Klasse auf. Ja, aber irgendwie... Er ist sogar gestorben und da hat keine Waffe gehabt. Wo war ich denn gestorben? Ja, wenn einer rüberläuft, der den gleichen Munitionstyp hat, dann hast du... Dann nimmst du die Waffe nicht mehr auf, weil die theoretisch leer wäre. Oh. Da war ich jetzt ein bisschen mit Pistolen. Ey, diese verdammten Sniper, die können so schnell schießen. Zack, tack, tack, so schnell. In dem Rhythmus können die schießen. Das ist viel zu schnell, Mann. So, halt durch. Bin bei dir. Warte, ich komm mal zu dem Forster. Ach ja, ich hab ja ne P90. Hab ich ganz vergessen. Ah, okay. Ich bin hier bei dir. Ah, ich hab ne Mechanik genommen, sorry. Deswegen hab ich schon gehört, ne? Wieso hab ich denn als Enforcer... Hinter uns kommt was, ein Auto. Es fährt vorbei, okay. Hier liegen so viele neue Klassen rum. Ach, das weiß ich nicht mehr. Ach, jetzt hab ich mir nichts mehr. Ach, da war noch einer hinter mir. Wieder ein Sniper. Verdammt. Ja. Truck Atlas. Uh, schön. So, jetzt komm ich als Munitionstyp. Hier, Munition. Okay. Sie wussten nicht, was sie getroffen hat. Ich liebe diese Sprüche, Alter. Hier. Hier, zum Beispiel, die haben alle jetzt hier diese Munitionssymbole. Ja, na. Da kannst du auch. Wenn du da reinschmeißt, kriegst du locker immer so 200 Dollar für jeden einzelnen Typen. Ich kann hier irgendwie grad nicht schmeißen. Wumma, wumma. Oh, so, so. Nee, nee, nee. So, hier. Jetzt Munition. Gucken, ob sie sich Munition schnippen. Na gut, wir machen jetzt hier auch echt Spawncampen. Das ist langweilig. So. Ja, okay. Ja, wir haben alles erhobert, ne? Bist du dieses, ähm... Warte, ich guck mal kurz. Die sind echt gut. Ja. Der Server ist noch voll. Also, es sind keiner von den abgehauen. Wer schießt denn hier von wo? Ah, ich wollte C. Ey, ich weiß nicht von wo. Die müssen oben auf den Dächern oder so. Ach, im Haus. Alles klar. Hier hat auch schon wieder den Peng. Den Peng-Schatz von, äh... Dank dir. Von, äh... Oh. Was war das? Eine Laserbine. Ich hab's gesehen, Alter. Jetzt wollte sich einer drin vercampen in ihrem Gebäude. So, die fang ich. Wenn du gleich mal spawnst, gib mir mal bitte ein Pflaster. Ich hab nur noch 10 Energie. Ja, aber gut. Okay, kriegst du mal ein bisschen Muni. Ach, guck mal, da oben sind überall Sniper. Oben auf den Dächern. Siehst du das? Oben auf dem Berg? Die markiert ja. Okay. Ja. Mach Einzelschuss. Einmal nach unten drücken. Ganz wieder. Auf den D-Pad nach unten drücken. Machst du Einzelschuss. Hab ich. Okay, sieht gut aus. Ja, die kontrollieren mich gut. Wann mal, wo ist ein D? D ist da vorne. Okay, dann holen wir uns D. Wir treffen uns bei D. Machen. Okay, ich werde nur nicht getroffen. Ach, genau. In der Luft, alter, geil. Er hat ihn in der Luft zersägt, alter, krass. Scharfschütze. Scharfschütze. Okay, ist voll. Die Leute spawnen ja alle. Boah, was ist das denn hier? Boah, was ist das denn hier? Boah. Okay, ich komme mal wieder als Operator. Oh, da kommt ein Hubschrauber durch und ein Fahrzeug. Direkt bei, wo wollen sie hin? B? Bei B sind sie gelandet. Oh la la. Oh, oh la la. So, dann gucken wir, ob wir hier noch was reißen können. So, 42.000 habe ich. War gut. Schade, dass jetzt die ganzen Server heute abgeschaltet werden. Ein Arsch voll Geld und dann ist die Woche auch schon wieder vorbei. Ja. Okay, die haben auch nur noch 40 Tickets. Ja, Tickets, ne? Oh, ja. Oh, ja. Oh, no, ist okay. Den schnapp ich mir. Tja. Mann, 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 ey. Acht, acht, ey. Ah, 13.11. War auch nicht besser. Ach, ach. Ja, aber... Aber... Die hat echt keine Chance gehabt. Das war halt meine Support-Runde diesmal. Ich habe so viele, ähm, Hilfsteile bekomme ich hier gerade als Auszeichnung. Mhm. Naja, wir haben ja auch eigentlich die letzte Runde jetzt genossen, war schön, war gut. Und ich sehe auch schon wieder, die Stunde ist schon wieder rum. Unglaublich, Alter. Wir haben zwei Runden... Ach, schon so schnell? Ja, wir haben zwei Runden gespielt, Alter. Das ist schon wieder gleich eine Stunde rum. Ach, schade. Ja, so schnell geht's halt, ne? Aber irgendwann muss es was, äh, muss immer mal alles mal ein Ende haben. Und gerade, apropos Ende, damit sind wir auch wieder heute an der Ende der Folge angelangt. Denn wir, man, sollen ja am besten mal aufhören, wenn's am schönsten ist. Und da es jetzt gerade ein bisschen abflacht, müssen wir noch schnell die Kurve kriegen. Oder wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Ich schließe mich dir an. Okay. Wenn's am schönsten ist, hört man einfach auf. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Woche Battlefield, die Open Beta von Battlefield Hardline. Ja, Fazit ist, es macht Bock und ich glaube, wir holen's uns. Wir wissen aber noch nicht wann. Ob's gleich am Release-Datum ist oder erst später, wenn so was mal gebraucht wird. Naja. Aber in diesem Sinne, macht was Sinnvolles. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut. Ciao. Okay, Leute, haut rein. Ciao.